herr und vorhanden hochschätzt alter du sagst status tot Nein, du brauchst kein Backup Das hilft bei dir nicht Oh, hier sieht's gut aus Hier sieht's gut aus Hier sieht's gut aus Ja, hier sieht's sehr gut aus Nice Haben wir doch noch hierher gefunden Und er will auch wieder weg Okay, sehr schön Hab ich ja das auch gefunden Bin ich erleichtert ein bisschen Weil, wenn ich sowas sehe und es nicht finde, dann Kann es schon sein, dass es mich fragt Wie kommt man da hin? Dann stelle ich mir die ganze Zeit die Frage Hab ich's jetzt verpasst oder kommt da noch was? Aber so wie's aussieht, haben wir es Sehr schön Okay Hier ist nix Ich glaub, wir sind schon in der Nähe von Orbe Das hat mir sehr schwer nach Robo Ja Robo Robo Ja Robo Down Also, boah Alter, hab ich mich erschrocken, ey Kommt der einfach aus der Decke? Ich dachte, das kommt erst später Weißt du? Nee, ich komm jetzt schon Alter, so'n Sack Ist einfach mal durch die Türen Gebrochen Oh, Checkpoint Oh, ich vergesse hier immer wieder schnell zu speichern Stell dir mal vor Wir sind kurz vorm Checkpoint und sterben Ja, 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 yes Let's money Yeah Ja Voll der gute Sniper mit einem Mit einem Find ich gut, dass ihr da so schön in den Fenstern Fenstern stehen bleibt Damit ich euch abschießen kann, aber ihr mich nicht Soll ich da jetzt hinspringen? Ja Sicher Oh, chatet Von wo? Von da Erwescht Ich hoffe, da kommen wir noch hin Da ist nämlich Rustung Und Muni Oh ja, jetzt geht's ab 35 Munition in unserer In meiner Okay, jetzt heißt es Scheibchenschießen Oder wie das heißt Guck mal, da ist einer Na los, kommt her Kommt her Die haben die Waffen auch Da oben Boom, Headshot Headshot Wer will nochmal, wer hat noch nicht Ah, die Waffe ist nice Gefällt mir, aber schaut, dass die Munition nicht runterfliegt Denn die will ich haben Oh Gott, ballern die jetzt nur noch damit rum Finde ich gut, weil vielleicht können wir die einsammeln Zack Zack Ja, two men's down Und du auch Ah, die Waffe ist gut Die Waffe gefällt mir I can't, I can't get it covered Sehr schlecht geschossen, Kollege Sehr schlecht geschossen Da, in das Gebäude will ich jetzt mal Alter, was ist das denn? Ich hoffe mal mitnehmen Für's Let's Let's Play zeigen Oh shit Jetzt mal schauen Boom, Junge Was geht ab? Gefällt mir Oh, der ist aber an die Wand genagelt worden Wo kommt der Schuss her? Von da Okay Oh, verging meine Brille geschlagen Oh So, wo ist er? Na, eigentlich Oder doch Dahin gehen, wo der Pfeffer wächst Okay, jetzt hab ich ihn gesehen Wenn ich einen Gegner sehe Dann mache ich ihn auch fertig Hey, oh, was geht ab? Chillt hier ein bisschen Finde ich gut Dass du die Zeit findest Und chillst Oh Ja Ja Nice Ja, damit Ja, damit Speicher Es ist zu gut, um wahr zu sein Oha Wie viel kann man davon tragen? Wie ist doch immer die Waffe Dann sagte ich Und finde gleich eine bessere Ja, was wir jetzt für Was wir jetzt für eine Repertoire haben Eine Nadelkanone Eine Raketen Eine Granatenwerfer Und irgendeine So eine hochfuturistische Laser-Gan Cannon Ja Nur ein bisschen lange im Schießen Langsam im Schießen Aber ab Solange sie ein One-Hit macht Warum ist hier ein Radio Das Klar Kaum ist uns das passiert Schon kommt in den Nachrichten Ja Sind halt ziemlich schnell Die Leute sind überall unterwegs Oh, nice Sehr bequeme Position Der Matratze Und das Bettgestell Man schläft dann ungefähr hier so Nur andersrum Also man schläft so unten drunter Die Kehle so da Unterm Unterm Rand Sehr bequem Schlafe ich auch fast immer so Wenn ich gerade nicht richtig schlafe Sondern mir langweilig ist Und ich Nicht weiß, was ich tun soll Ey Da bist du Flashlight Warte, dass er das überlebt Der hat das überlebt Die Sau Was ist hier? Es scheint ein gutes Versteck zu sein Vier Rüstung Fuck yeah Wir müssen wir hier hin Ich glaube wir müssen wir müssen hier hin Hallo Okay Jetzt extra eine Federung Damit wir uns nicht unseren Fußknöchel verstauchen Okay Was muss du denn hier? She smells nice What the fuck Okay Pexel, Vettel Wo bist du? Unsere Taschenlampe geht nicht an Komm her Okay Was war das? Oh nein ey Oh shit ey She told me so many things What the fuck Da brennt's Da geh ich nicht lang What the fuck Alma, bist du's? Ich hab Kekse gebacken Im Hauswirtschaftskurs He he Oh Oh Shit Oh shit Oh shit Oh what the fuck Was sind das denn für Leute Äh Okay bei denen nicht nachladen Die werden mit einem Hit Eliminiert Da scheint's raus zu gehen Extra special Äh Toll Versifte Klos Bestes special ever So raus hier Ich hab zu viel gesehen Intervall 08 Verzweiflung Eintrittspunkt Die Situation ist folgendermaßen Der 4 Frontmann hat die Replika Streitkäfte Die die Helikopterabschlussstelle Sichern wollten Erfolgreich animiert Und ist jetzt unterwegs Zum stillgelegten Rammelmeier Industriepark Der ist echt so Okay Alice Wade wurde vermutlich Von Pex und Vettel Gefangen genommen Ihr Zustand ist unbekannt Sie reagiert nicht auf Fundkontakte Mission Als Priorität Sind Alice und Hallen Wade In Sicherheit zu bringen Okay Oh Kurz anders hinsetzen So Viel besser Ah Jetzt gibt's hier wieder Die schönen alten Wir singen den Blues La 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 Okay Jetzt sind wir In der Öffentlichkeit Äh Oder auch nicht Auf jeden Fall Sind wir jetzt endlich mal Draußen Ja Ich bin hier Hä Wen Wen Ich will Ich will weiter gucken Das läuft doch gerade Von mir im Brennpunkt Oder nicht Gebt ihn zurück Wen sollen wir Zurück geben Es ist spät Kleine Kinder sollten Schlafen In der Zu der Uhrzeit Jedenfalls So Jetzt einfach Was rein Berettern So Der eine ist down Das waren die Kollegen Die lassen Sogar etwas hier Medikit Und Rüstung Sehr schön Vielen Dank Das nehme ich immer gerne Ihr habt hier nix Gut Dann gehen wir einfach mal Über die Mülltonnen Über den Briefkasten Nicht Der ist zu hoch Für uns Oh nein Wir kommen nicht weiter Würde ich ja gerne sagen Aber Dem ist leider nicht so Okay Checkpoint wird gespeichert Schon wieder Und ich hab schon wieder Nicht quick save Ich bin halt Meiner Sachen Und Oh shit Zu viele Das wäre ich worauf ich mich als erstes konzentrieren soll Die Granate war ja mal mega scheiße geschmissen von mir Das weiß ich jetzt auch Vielen Dank für die Information Das erschreckt mich doch nicht so Meine Güte Aber hier sind Medikit ohne Ende Da gönne ich mir mal alle Alter sind das viele Das geht nie ab Ist ja dicke fette Party am Gange oder was Habe ich was verpasst Boah jetzt probieren wir mal was aus Am dicken Kollegen Okay sie schießt genau geradeaus Oh der Raketenwerfer Oh shit Das laden wir nochmal Äh kann man Das kann hinhauen Der hat einen Raketenwerfer die Sau Alter Wie viel will denn der aushalten Das war's So viel hält der also aus Ist das die Repetierkanone oder? Ne das ist ein Raketenwerfer Ein Multiraketenwerfer natürlich Man lässt sich ja nicht lumpen Alter Hier sind aber viele Sachen Ne geht's ja auch gerade voll zur Sache Jetzt haben die Leute hier alles Oh hier ist noch mehr Oh Granaten Nice Machen wir Rüstung So Kann man hier rein? Nö Natürlich nicht. Man kann hier nicht drüber, oder? Natürlich. Natürlich. Da hinten ist noch was. Wir brauchen das aber nicht. So, wir nehmen noch mal zwei. Alter, wir haben 85 schon extra Leben. Ich will gar nicht wissen, wie man das ohne schafft, ey. Da wäre ich ja schon tausende Male gestorben. Okay. Ich muss mich verarschen. Beschwerd? Alter. Äh, what? Guck mal, so hell hier. Okay. Die sind mir zu weit auseinander. Okay. Warum bin ich nicht mehr im Ultra-Speed-Mode? Oh, ich habe sogar getroffen. Der Kopf fliegt in die Ecke. Unfair. Damit habe ich keinen... Darf ich dich nicht mit... Ja. Alter. Meine Güte. Ich habe gleich keine Muni mehr. Ah, shit. So. Hauptsache, wir haben immer... Plus 5. 5 plus. Warm, Junge. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Die Waffe geht ab. Aber die zu wenig Munition. Hm. Tja. Was wollen wir machen? Gute... Was? Wollte doch nur kurz aufnehmen. Ist doch schon voll spät. Und noch sind keine Ferien bei mir. Ich weiß nicht mal, ob... Ich weiß nicht mal, wenn die Folge rauskommt, ob dann schon Ferien sind oder nicht. Aber egal. So. Okay, aber ich würde sagen, bevor ich da hingehe, wende ich erstmal die Aufnahme. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagt doch mal, was euch nicht gefallen hat. Worin ich mich verbessern kann. Und... Naja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao.